Und wenn sie sie in so einen Süßigkeitenladen rein machen. Wie mit Hukulu am Stil, Duplo, Cine Minis, Abus Cola, Abus Fanta. Duftbäumchen werden wir da verkaufen, lieber schon lange. Frische Brise und so. Mahlzeit! Ja, und Shisha-Bach. Ja, man, Süßigkeiten. Uffin. Ja, wir wollen nicht so Burger und so da verkaufen, weil es gibt ja schon genug Läden, wie CK und so, wo man Essen kaufen kann. Deshalb machen wir so einen Süßigkeiten-Shop. Ich freue mich schon, in der Shisha-Bach vorbeizuschauen. Wer bist du denn, Rick, im RP? Damit ich Meta machen kann. Oreo-Schiss machen wir auch. Ich weiß nicht, was noch. Wir haben vorhin mal ein bisschen darüber geredet. So. Ruhe in der App. Ich lasse erst mal die ganze V-Show kacke an, um zu gucken. Oh mein Gott, 91% jetzt schon. Und so. Ich lasse. Gut. Naja, das hat nix zu heißen, wir laufen erstmal so rum. Ja, ich hatte FPS-Beganzung, das will ich jetzt aber nicht. Warte mal, Teamspeak. Naja, ich war vorhin heute Mittag einmal kurz auf dem Server, um zu testen. Du musst schon achten, dass deine Pixelrate vom Spiel dieselbe ist wie vom Monitor, Bruder, ich hab Fousing an. Deshalb geht der nicht höher als 142. Ich stream über die CPU, ja. Ja, Quali ist viel besser als vorher. Ich mach mal die Vorschau bei UBS aus, dann zieh ich das mal klein, zack zack, dann mach ich das scheiß mal aus. Ja, dann gucken wir mal, wenn wir rumfahren, ne. So ne unsichtbare Mauer, Alter, hab ich nicht gegengefahren, sonst da kratzt der Wagen. Ja, 96%. Achtet mal bitte auf die GPU, wenn die auf 99% Schall hat, ob das dann laggt oder so. So Mikrolex und so ein Shit kann von Rage und kommen, ne. Und auch wegen dem Sink und so, wenn Autos reingesinkt werden, das ist ganz normal. CPU ist einfach am Pennen, Alter. So wie hier jetzt, hier könnte das jetzt laggen. Mit Afterburner. Okay, wenn alles sexy ist, ist Crack und Jazz. Wo geht denn hin? Ach so? Ja. Okay. Ich hab ein Unstyling bekommen von JFK. Ja, sieh gut aus. Danke. Inschallah. Gehst du auch dahin? Ja. Ey, wo war das Auto? Ich hab das gesucht. Ich war kurz unterwegs sammelt. Ach so. Ich hab noch grad die Straße erst da lang gefahren und jetzt ist er zurück. Ja, aber ich hab das vorhin schon gesucht. Ich war heute Mittag damals unterwegs, hab am Strand gepellt. Ach so, oder? Bisschen in die Seele bummeln lassen. Ist Juni nicht unterwegs? Weiß ich nicht. Ich weiß das nicht. Dreckige Schweinhund. Schweinhund. Na dann, was gleich. Wo ist der Pisser? Warum ist meine Nase schon wieder zu? Das Bild ist jetzt endkrass, ich hoffe. Vielleicht muss man da echt nen Fick drauf geben mit der GPU-Auslastung, weil wie gesagt, wir hatten 99% schon, das hat nix gelegt, Alter. Vielleicht ist das einfach so. Aber mich nervt das. Könnt ihr das verstehen? Mich fuckt das ab, wenn ich die Zahl sehe. Das ist wie so ein Placebo-Effekt. Ich denk dann, oh oh, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt die GPU befeuert, die krasse die GPU. Ja, aber für mich ist das immer so, sagt man Indikator dazu? So ein Ding, das irgendwas nicht stimmt. Weil ich das so nicht kenne. Anzeige ausschalten. Was für eine Anzeige? Ich habe alle Anzeigen ausgeschaltet. Ja, ich habe die Anzeige jetzt auch nur an, um einmal nachzugucken, ne? Die mach ich auch wieder aus, weil sonst dreh ich durch. Aber 1080p bringt nicht so viel Verbesserung. Aber wir können, wir können machen, wir können machen. Ich glaube, da kann ich sogar unser Flieg ändern. Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal. Äh, ne kann ich nicht. Müsste ich restarten. Wir testen morgen ein für 1080p. Hab ich irgendwelche Fragmente oder so ein Shit? Ein Sharpness-Filter, bist du irre Junge? Jeder, der irgendwie Reshade benutzt, ist komplett irre in der Birne. Ekelhaft sieht das aus. Sonnus juckt. Was mich nur abfuckt, ist, guck mal die Lines, aber das geht ja selber, das ist die Engine und so. Die Lines auf der Straße, diese Roadlines. Das Anti-Analyzing davon beim Moven. Richtig schlimm. Das geht. Was geht, die Perner? Hallo. Selber. Wo ist der Juni? Keine Ahnung. Du holst es für kalt, ne? Der hat sich auf jeden Fall einen Pulli oder so an. Bist du beh alltså du del du 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 du. Du bist schon krass, hm? Ja, weiß ich selber. Also das ist schon ne Zeitgegen unsern Leben, wo wir beide drauf passen. Schön. Was schön. Peck hat gesagt, du hast eine andere Freundin am Strand. Was laber der? Hat Herr gesagt. Darum stehst du da. Ja, ruhig. Stämt du da. Wie ist Ihr schlimm? Nein, ich hab am Strand gepennt, Mann. Ja, Kekke hat gesagt, bei deiner anderen Freundin. Das stimmt nicht. Glaubst du dem? Nee, ich hab gesagt, nein, aber er hat nicht aufgehört, überzureden und gesagt, guck mal, warum macht ihr das denn? Wieso schläft er denn da? Er hat doch ein Zuhause. Ich hab nirgends so bei keiner Ohren gepennt, Mann. Das hoffe ich für dich, ich hab nämlich... Willst du den Pip sehen? Da ist keiner im Stift. Ich will nicht umziehen, geh weg. Warum darf ich nicht zugucken? Ich bin schüchtern. Bist du überhaupt nicht? Du holst also mal die LED-Lampe raus, wenn wir knutschen. Zuhause. Ja, wie? Ja, komm, zähl schon. Ja. Ich kenn nur deine vollkacken Buchse. Du bist blöd. Sag noch einmal zu mir, ich hab nirgends, oder? Ich kann dir mal zeigen, wie das ist, wenn ich nirgends hab. Oha? Ach so? Wenn du das unbedingt willst. So. Oh, Opa Willi hat angerufen. Ja, dann küsse ihn doch. Küsse doch seinen pfaltigen Sack. Ach so? Du hältst mir vor, ich hab nirgends. Ich hab keine Ahnung, auf alte Jungen. Vielleicht, vielleicht findest du sein Pocoela schön, oder so? Vielleicht stehst du drauf, um durch die Haare zu gehen, wenn du knutschst? Vielleicht stehst du drauf, alte Männer zu baden? Oder mit denen Badewanderen zu sitzen? Nein. Mit Küchenchen? Bah! Bah! Hol dir doch die Croissant-Haut. Guck mich an, ich bin ein junger Hüpfer, ich krieg ne andere. Ah, okay. Maschallah, wenn du mich siehst, sagst du am Fall der Hübscher. Gleich kriegst du ein Brett. Du kriegst ein Bett. Nein, bitte nicht. Können wir uns vertragen? Ja, lass wieder vertragen. Geil. Das sieht ganz cool aus. Okay. Oh, ich wollte dich nicht kommen. Nein! Na? Warst du allein? Oh, mein Gott. Was ist los? Da hast du wohl einen Flair gegriffen. Das reicht doch. Guck mal das da. Oder 42 FPS, by the way. Das ist noch ein passierender Lager. Aber 40% GPU-Auslassung. Oh, den Weg, Alter. Krass. Nein. Aber eigentlich könnte ich wieder Begrenzungen machen. Ja, machen wir morgen. Du hast angerufen. Jess. Krass, nirgendwo. Ja, wie geht's? Wie steht's? Bin kurz pinkeln. Ich habe vergessen, ein Numpad anzuschließen. Alter, ich kann keine Emotes machen. Oh, wo ist die Scheiße denn jetzt, Alter? Jo, kam hier. Was? Oh, geht. Unicorn hat gesagt, das soll so was? Ja, Schinken, ich weiß. Aber für mich ist das so ein Zeichen von das stimmt was nicht, weil ich das so nicht kenne. Ja, aber was da jetzt, ich weiß. Äh, G-Pa, Dankeschön für die B-Star von 24. Adi, Dankeschön für den Prime 2. Der Opfer will gleich zum Park kommen. Ist das so normal? Da stimmt was nicht. Kommt das ein. Warum? Hier sind Leute. Ja, na und? Die haben alle selber einen Schnee-Rutz. Kommt das ein. Ist das normal, guck mal. Was denn? Erklär es mir einfach. Ja, das ist so. Da ist so ein Punkt, der ist rot. Okay, ich weiß nicht, ich denk nicht. Warum ist das nicht normal? Ich weiß es nicht. Du, was denn, Memo? Was machst du? Was denn? Was machst du? Du kaufst auf deine Vorhaut rum, ich sag auch nix. Ich hab nur gefragt, Memo, guck mal. Du bist normal, ne? Ja? Jetzt erschreck dich nur nicht, wenn ich Lil Pips raushol. Ist das normal? Oh mein Gott. Warte. Der ist dir gegen die Stirn geklatscht, ne? Ich hoffe, ich hab dich nicht verletzt. Nein, nein. Das sieht ein bisschen anders aus. Ich hatte den Jeans-O-San wegen dem Reißverschluss. Au. Das wird schon mal da. Wo ist er ein Creme? Ein Mila-Creme da ein. Mit einem Q-Tip. Mit einer Lupe. Oh mein Gott. Der Jack ist aber auch schon unterwegs. Der ist mit irgendwelchen Leuten weggefahren. Zwei Stück waren das. Ja, die sind bestimmt wild am Knutschel. Und den Jiff-Kirn. Und auch jemand anders. Warum schämst du dich, wenn ich das mach? Bist du... Was? Hä? Du machst das vor jedem hier. Ja, und das sind alles meine Brüder. Ist doch egal. Die haben schon den Pips gesehen. Ich hab den modern gesehen. Ja. Mamo-San, der sieht aus wie so ein Pfahl, mit dem man Vampire aufstößt. Der ist ganz dünn und wird immer Decker zum Hände hin. Der Mamo ist ja ein Decker-Dick. Unter Jungs, ist das so? Da kennen die da alle. Das ist nicht schlimm. Ja, gut. Oh mein Gott, Mamo. Ich werd' dich nicht wieder nochmal anschauen können. Was soll das denn heißen? Warum? Warum? Du kannst mir doch nicht erzählen, wie die... Was da... Wenn... Also... Was? Quasi, wenn... Ein Mann... Also Craig seinerwegs nach uns... ...versborn wird... ...dann ähm... ...fricht er ein männliches... Du weißt schon, das sieht, was ihn auszeichnet, als Mann. Der Schwanz. Und du kannst mir nicht erzählen, wie das da aussieht, das ist... Ja, warum das denn nicht? Weil das... Jeder kennt doch das Muttermalen in deinem Arsch. Was? Das ist mein Handy-Wohlpepper. Was? Ja, das sieht aus wie ein kleines Herz. Ich hab' Zeit für mich, um zu gehen. Ich hab' voll süß, aber. Aber ich... Ja, oh. Ja, sprachlos. Mann, ich hab' das halt doch wohl weggeschoppt. Das nicht... Das lange, schwarze. Oh, wir sind gelaufen, scheiße. Wo willst du mit meinem Auto hin, Fräulein? Ich glaube, es hangt bei dir. Nimm' mich gefälligst, Meld. Du blamierst mich von meinen Freunden. Du blamierst mich von meinen Freunden. Hä, das sind meine, nicht deine. Ja, aber das sind doch auch keine Freunde. Du bist nur mitbringen, Seld. Oh. Nein, was Spaß. Das sind noch deine Freunde. Ich hab'... Ich versuch' jetzt, ne, da zu dir zu sein, okay? Okay. Ich merke, ich werde langsam richtiger Penner. Seitdem ich kriminelle Sachen mache. Kriminelle Sachen. Ja. Ich hab' dir schon lang nix mehr gekauft. Nicht schlimm. Doch, das ist mega schlimm. Ich fahr' kurz was kaufen, okay? Schöne gut. Doch. Ich will' ein bisschen rumsimpen. Warte hier. Kannst du mir was zu tanken mitnehmen? Na klar, Baby. Ich mach' mal den GTA-Sound lauter. Ich muss doch den Motor hören. Ja, ja, meine Schwester hat schon gesagt, ich soll netter sein. Was geht ab, Jerry? Jetzt deine Frau hört, stimmt. Ich bin überhaupt gar nicht böse zu euch. Hör' auf zu lügen. Der Motor muss blubbern. Ich kauf' dir zwei Pralinen. Was wollt' die trinken, ne? Hallo, Daroka. Ich hab' mich überhaupt nicht verändert. Nein, meine Schwester spielt kein RP, Junge. Bist du denn das Wahnsinn? Ich will ja nicht nerven, aber hatten wir schon Legs? Klasse, meine Schwester, hübsch. Was denkst du denn, Junge? Ich liebe dieses Auto, ne? Ja, Gamble, deshalb hab' ich ja 100 gedreht. Ich hab' zwar internalizing und zwei Stufen gedreht, aber das siehst du gar nicht bei meinen GTA-Tweaks. Finde's gut. Oha, Cody! Beginnst du dir, Julius? Was? Ja, Cody! Hast du mal seine Augen eigentlich mal gesehen? Mhm. Wo ist Mila? Hier, neben mir. Hier? Komm, komm, ich will dir was schenkeln. Ich weiß noch, wie sehr du die magst. Oh, thank you. Wer ist mit Twinkie-Füllung? Oh, lecker! Ess die vor mir, ich will das sehen. Was gibt's denn... Boah, ich will nicht böse sein. Kannst du die bitte essen? Damit ich... Oh, Gott. Damit ich... Damit ich... Oh, Gott. Ich mag so ne Kunst. Bitch. Lass dich mal umarmen, solange das noch gilt. Ich meine das nicht, tut mir leid. Scheiße. Scheiße. Das kommt einfach in meinen Kopf und dann merke ich das. Ich... Ich... Ich will nicht so sein. Tut mir leid. Ich hab wieder nachher schlechtes Gewissen, Alter, wenn ich irgendwann mal so violi's sehe. Weil ich dann denk wieder, ich bin ein sexistisches Arschloch, was ich nicht bin. Ich hab so ne Kippe. Junge, wie geht der denn ab? Okay? Ja? Was... Was ist mit dir denn nicht in Ordnung? Warum hast du nen Taucheranzugal? Er ist Kampftaucher. Und ich hab Parlinen bekommen. Ja, Parlinen, gepfüllt mit Twinkie. Ich hab den mitgebracht. Ich, mein Cousin. Bruder von... Hä, den Crazy Crenshaw. Ja, der Bruder von mir. Das ist mein Bruder hier. Das ist Emil. Oh, Merkha... Oh, Abo. Blah. Blah. Ich liebe dich. Wow. Wie geht's mit Abo? Sehr gut. Und dir? Oh, gut. Einfach nur Abo? Abo, ja. Richtig Abo. Avocado. Ja, oder so. Aber lieber Abo. Free Chewbacadoo! Free Chewbacadoo! Was ist Johnny, Jack? Kommt jetzt gleich. Hast du mit dem telefoniert schon? Was geht? Ja, ja. unterwegs. Ja. Kuck, Cody ist auch da. Deine Stimme kratzt, wenn du hustest. Vielleicht solltest du mal nen Hukulu im Stil essen. Oder trink doch mal ne Abo Cola. Abo, 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 Abo. Und da, wo geht's der? Hast du schon gefragt? Ja, aber ich will nur mal fragen. Ich freu mich. Also jetzt, wo ich dich sehe, geht's mir noch besser. Ui. Ist alles gut, wenn keiner mit dem Klee und der Miene fährt. Ich will ein bisschen rumfahren. Ich muss testen. Milla, kommst du mit? Wie heißt du? Wo hin? Ins Abo, in Thailand. Abo. Komm. Wohin denn? Na, ich war mit dem Auto in der Werkstatt. Und wir müssen, wir müssen den Zylinderkopf verdichtungsschrauben zu der Hammer bisschen einfahren. Das hat er gesagt. Okay. Weil du schon so ein altes Auto ist. Okay. Mach einfach die Augen zu und dazu. Oh, warte. Da ist Opa Willi. Opa Willi. Ja, dann bleiben wir. Dann fahren wir gleich. Okay. Was hast du denn für Mumpel? Oh, das hat ja rote Augen. Na, ihr zwei Lieben, wir sind. Na? Alles gut? Wie findet ihr mein neues Outfit? Da habe ich mir selbst ausgesucht. Ja. Ja. Siehst du aus, als wärst du eine Midlife Crisis? Echt? Ich dachte. Ich seh ein bisschen gefährlich aus. Kleine dich deinem Alter entsprechen. Ja, iss doch. Ich bin da jetzt 45, du Jäck. Was? Du bist 70, locker. Was? Auf jeden Fall 65. Wuck. Wuck. Wem zeige ich den jetzt eigentlich gerade? Dir? Wem warst du deine? 75. Warum packst du meine Toilette an die Brust? Ich hab den aus, was ich zeige. Opa Willi Bunkersüchtig und angespritzt in den Bohnenrahmen. Nimm deine Finger voll da weg. Das ist ganz allein meine. Okay. Du hast dir nicht die Mühe gemacht, Liebesbriefe zu schreiben? Liebesbriefe? Schreibst du sowas noch? Na klar. Ich bin noch Oldschool unterwegs. Wollte grad sagen. Das ist ja richtig Oldschool. Nicht so wie du? SMS? Nee, ich mach keinen. Ich mach Sprachnachrichten. Schaut jetzt weiter. Dann kann ich nämlich dann auch immer so blablabla. Siehst du? So erotisch. Was führt dich zu uns? Im Palast der Heldro leben. Der was? Der palast der was? Das ist ja der Palast der Heldro leben. Das ist ja der Palast der Heldro leben. Ich wollt der Mila mein Outfit zeigen und wollt fragen, ob die dann nochmal irgendwann die Zeit hat, nochmal eine passende Frisur zu dem Outfit hat. Bestimmt. hallo ja deswegen habt ihr neues auto ja das ist doch der wurde gesagt dass er und alle anderen die hier stehen ich war auch arbeiten dafür du hast mir dabei zugeguckt man das auch arbeit ja der muss die kontrolle über sich zu behalten und die arbeiten ich fange schon wieder an ich brauche nicht ich brauche eine therapie ja oder wenn du zum beispiel das macht guck mal mir da hinten penny warte warte jetzt bruder auf meine torte auf dem ich muss gut ich muss gut sagen ich muss gut sagen okay wohin des weges bitte nicht fragen bitte einsteigen haben sie bei geld dabei 187 dollar ach willst du zu denken autos holen wir kriegen so ein 100 mehrere autos kriegen wir so ein paket weißt du was ich mein ich bin ganz sicher polen bezahlen gleich bei dir mit karte dann kann man mit karte zahlen ja oder nimm einfach mal nimm einfach mal weiß nicht 15.000 mit 15.000 dollar warte mal in welchem auto hast du letztes mal die joints reingeballert in den kommode hier in das der kommode und der war heute mittag auf ne ja ich war mit schoko kurz unterwegs wir haben paulus aufgeknackt gehen wir mal zu der gröf wir kaufen von der gröf ne die joints für 125 ab 125 dollar ach mein nase zu die dealer kaufen die von bei uns für 250 und die können hier weiter verticken und wenn die gröf ne wenn die nicht liefern können können wir auch selber von uns arbeiten aus und wir müssen die dann irgendwie nicht auszahlen oder so also bis jetzt läuft alles ja und gpu ist auch nicht mehr zu hoch habe ich das gefühl temperaturen sind auch ok ne schattenbund hallo schatti baby aber du musst du musst halt nur überlegen wir haben noch in dem anderen lkw auf jeden fall noch was drin aber wir müssen noch den schlüssel holen nochmal herr wolverine du bist auch mein bb vollkommen ok ich hab also 50 stück haben wir glaube ich sogar komoda sind welche drin was meinst du damit einfach in dem jugular äh ja ich ja ich ruf mal da an ich sag dir so komm ja klar gibt es den gt online merhaba ich werde hier überfallen wer von wem von dem weißen hier oha Schneeflöckchen was machen Sachen alles in Ordnung warum überfällst du die Jungs guck mal seinen Hut an der sieht einfach absolut kriminell aus man der brauche noch facetattoos nein man da bist du machine gun kelly mtk bester man warte mal hast du deine Karre rausgeholt ja ja wollte grad sagen ja du kannst du mal den wagen wo anders hinstellen bevor die rumhören oder vielleicht auch mehr auf mit gruseligen geräuschen es reicht hey johannes nein möchtest du jetzt morgen arbeiten oder nicht meint so türsteher ja ich hab schon mal Empfang gehalten ich glaube das du nix für mich Warum? Ja, den ganzen Tag da vor der Tür stehen und beurteilen mir herzlich hier so. Ich bin nicht schon ein sexistischer Periner. Ja, nee, fühle ich, ja. Ist richtig. Lass mich fünf Minuten mehr legen. Wenn du vom Ding her Bock hast, kannst du es ja auch einfach mal zwischendurch eine Viertelstunde machen oder so, wenn du gerade Langeweile hast, weißt du? Und denen helfen. Ja, aber wenn ich was mache, ziehe ich das so durch. Ich glaube, es ist besser, wenn ich für Sie keine Werbung mache. Und Animator. Für was? Was? Für was Werbung machen? Ja, für den Laden, Werbung, Party, Party. Ja, dann mach, morgen 21 Uhr. Okay. Erzähl sie ihm, den du siehst. Okay. Cool. Wann können wir den Laden gucken? Können wir gleich gucken, komm? Habe ich dir gestern schon gesagt. Ruf mich an. Ja, ich weiß, aber wir machen Termine, Termine. Ja, ja, alles gut. Ruf mich an, zwei Minuten später können wir das dann machen. Okay, bis gleich. Tschüss. Was soll ich auspackeln? Hmm, alles gut. Ich hoffe kurz hin. Oh, MC und Jameel hast du da eingeparkt. Äh, ja, Lüfter läuft noch 100%, da hast du recht. Guten Tag. Hallo. Das geht, das geht. Ja. Ja, kannst du mal bitte Johnny sagen, der soll ans Telefon gehen? Der ist am Telefonieren. Ja, ich brauche Geld für die Joints. Ja, ich sage dem Bescheid. Gut. Ja, ich brauche Geld für die Joints. Ja, alles klar, 6,5 ist in Ordnung. Okay. Ja, bis gleich. Ciao. Ja, gib mir die Kohle, dann fahr ich ihm zu dem hin. Ja, aber der braucht Geld. Ja, du kannst doch neue Kohle holen. Wie viel Geld du musst holen? Ich weiß nicht, ich muss den anrufen. Okay. Wie wenigstens die Kohle, die du jetzt hast, genau. Du, kann ich mal dem fahren? Ich muss die Karte jetzt erstmal wegbringen gehen. Okay. Und den Schlüssel. Okay. Wie viel Geld baust du? Ja, ich würde jetzt so 100, 200 nehmen oder so. Kann er ja ausrechnen. Ja, ne, rechne du aus, weil ich muss Geld abholen. Achso. Ja, dann sind das 25.000. Okay, wo soll ich hinkommen? Wir sind Grove. Unten? Jo. Okay, ich komme holen, der Geppau. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Hat er jetzt gesagt 25.000? Warum höre ich eigentlich nie zu? Ja, Max, sagst du, sieht gut aus? Achso, dein Auflauf. Ich habe heute auch Auflauf gegessen. Ich weiß auch nicht genau, wie viel wir jetzt bekommen und kaufen, aber maximal 200. Verhandeln die gerade? Nein, ich kann auch, was die da quatschen. Nur mal. Wir müssen noch warten. Was machst du denn? Erstmal Revier markieren, das ist meine Gruff. Wenn das da hat, die auch. Kürtis. Was fällt ab, Jungs? Kannst du ihm alles geben? 25.000? Naja, für 200. 125 hat Johnny gesagt, ne? Mhm. Gut. Ich habe keine Ahnung von Mathematik. Ja, 125.000. 125.000. Da ist er in dem Umschlag. Jo. Danke. Kannst du das überhaupt transportieren, Jack? Ja, Jivke kommt jetzt mit den Jungs in den Taschen. Das Zeug ist auch nicht da. Alles gut. Ging, ging. Ja, ja. Und was gibt euch? Ich war heute nicht viel, müssen wir chillen eher. Mal nicht ruhig machen, ne? Die letzten Tage war genug Trouble, bevor es ein bisschen ruhiger ist. Bin gestern mal oben in die Projektmappe gefallen, da hängen jetzt obdachlos ab. Das habe ich auch schon gesehen. Da waren so drei Frauen und zwei Typen. Ich glaube, die haben versucht, die Autos aufzuknacken. Hehehe. Ich habe mir auch gestern durchgefahren und habe gefragt, ob die da gewohnt haben. Ob die da dazugehören. Und sie sagten, ne, ne, wir werden da nicht dazu. Okay, wer seid ihr denn? Ja, wir wohnen hier. Das ging aber schnell. Sag ich nicht. Da stehen halt noch, also, ja, keine Ahnung. Oder Immobilien, Haie, überall, ja? Ist so. Sag dir, wie ist. Wenn da stehen halt noch Karren, so. Hat zwei Tage keiner aus dem Haus gekommen, Dicker. Direkt mein Haus. Weißt du, Schweine? Sobald da kein Auto vor dem Haus stehen, direkt weggekauft. Ja, ja. Aber das Auto ist voll mit Klamotten, ne? Ja, die können auch mal an der Seite parken. Ja, park ruhig mitten an der Straße. Ja, ich glaube, die haben ausgeräumt. Hab ich dir die Karre ausgeräumt? Ja, nicht ganz, aber ein bisschen mehr das da auch dran. Lieferant ist gleich da. Ah, also. Hat er sekundiert. Ist hier wohl fast leer. Gut. Fast schon. Alter, wenn es jetzt auch noch mehr getascht hat, dann passt das ja. Ja, nicht leer, aber bisher noch. Gut. Und den Sau, der passt da auch noch. Sehr gut. Also, dann kann ich direkt den Trottl anrufen. Euch auch alles gut. Ja, ja. Absolut. Jetzt läuft er wieder alles an, mein Business. Hm. Und bei euch? Wo ist es schon? Hattest du den Idioten mal angerufen, MB? Wen? Du wolltest nur diesen Typ anrufen. Wie hieß der, Folder? Folder? Nee, hab ich noch nicht. Siehst du gut, dass du mich erinnerst. Wie hieß der Motherfucker? Gestern nicht mehr gemacht. Folder? Ja, der Folder. Nein, wie hieß der denn? Folder, ja, ja. Folder, genau. Gleich mal durch. Ich wollte ja eh noch mitfatschen. Ich hoffe, du bezahlst, wie Kurt ist diese Kriterin. Was? Ja, wenn du ihn an seine Termine erinnern musst. Ach so. Macht 50 Dollar. Braucht noch jemanden, der die Telefonate führt, das ist ja ein Träumchen. Äh, macht Kurt das auch. Ich klär alles. Anzug hinterher ist dann mit Stecker am Ohr. Hatte ich schon. Ich hab doch schon von dem scheiß Bullen so ein Ding im Ohr. Ich geb dir mein Handy kein Ding. Die sind voll geil, die Dinger, aber du bekommst lange in den Knast davon. Hä? Das ist mega schade. Polizei, guck mal. Gar. Ja, nur ein Ohrstecker, was sollst du damit machen? Kannst du dein Handy anschließen und auf einmal Musik hören? Ja, eigentlich kann man die Dinger kaufen, aber für die ist das Polizei, guck mal. Ich mach legalized. Kann man die Dinger kaufen? Nein, nein, nicht die von den Cops. Nur so Headsets. War aber aus. Nur das, was ich hab. Und in Klamotten-Shop bekommst du Razer-Karten. Das sieht nicht geil aus, Digga. Du siehst aus wie ein indischer Telefonvertreter. Also jetzt nichts gegen dich, Disrespect, aber das Ding sieht so aus, weißt du. Nach einem Inder, der laut in der, keine Ahnung, telefoniert irgendwo. Ein Taxi. Das Beste beim Fahren. Ein Taxi, ich kann mir das gut vorstellen. Mega hilfreich, die Dinger. Herzlich willkommen bei Microsoft-Connect-Service. Ihr Computer-Habweiler. Hallo, Steve-Bake mit Steve. Meine Brüder, wir müssen erradieren. Wo meine Brüder? Ihr Aktivierungscore ist abgelaufen, hä? Wir können den auch wieder reaktivieren. Bei weiteren Fragen drücken Sie bitte die zu. Einer macht nur die Hütte doll, ich bin schwer enttäuscht. Ich weiß, ich meine, das ist doch diese durchsichtige Dach. Aber, ja, dieses weiße Kass ist krass. Baba, das sieht geil aus. Ich meine, dass irgendein Security-Service von Bahama Mamas oder sowas bei die Dinger von den Cops tragen durfte sogar. Die haben sich irgendwie Genehmigungen von der Justiz oder so geholt. Morgens Dick-Party, ne? Nee, Jungs wissen Bescheid. Wir kommen auf jeden Fall vorbei. Es gibt Drecktschlägerei. Boah, wir werden Stecker bekommen. Aber wir müssen auch kürzer unsere Speise-Cutter weiterbemorgen. Fünf gegen fünf Auskampf. Was denn, für den Club? Ja. Oder für den Amazon-Shop? Ja, für den Club. Habt ihr Chicken Wings dort? Boah, das ist auch ne gute Idee. Und wieder sind wir bei den Indern. Boah, hat Cody's schon auf? Ja, steht auf jeden Fall. Boah, gleich erstmal Chicken Wings essen. Der, der bekommt auch viel mit, ne? Ja. No. Dreh-Wann Angelpunkte gar zu stehen. Glaublich sind Districts? Keine Ahnung. Türken. South, East, and North. Schatz, seid ihr müde? Wollt ihr gleich da hören? Cody's? Haben noch was? Ja, ich würde da demnächst hin, aber da drüben warten auch schon wieder die nächsten. An der Straßenseite. Können die nicht auch grün? Die Vatos Locus oder so aus der East Side. Ist das nicht Sancho? Mhm. Mit dem redest du freiwillig? Warum? Der ist hierher gekommen, ich hab den nicht hergeholt. Wer? Ach, haben die Angst, weil die grün tragen? Aber Jungs, euer Stress hat sich da geklärt. Mit Sopranos? Nö. Ihr habt ja doch gesehen. Ich hab's mir nur erzählen lassen, aber klang gut. Ich frag ihn dann lieber nach, ne? Da kam die U25 mit Eisenstollen. Da hätte auch die Reservebank gereicht. Richtiger Hooligan-Verein, so weißt du auf Motto. Klar hat sich das geklärt, man. Dann ging's doch mit der Telefonnummer. Ihr habt euch gegenseitig umgeschossen wegen einer Telefonnummer. Wer die? Ach so. Eine von uns hat so ein Mädchen von denen gefragt nach der Nummer. Die meinte so... Wegen einer scheiß digitalen Zahlenleihenfolge. Ja, ja, ganz klar. Eine von uns meinte so nach einer Nummer zu fragen von so einem Mädchen. Die meinte, ne, gib ich nicht. Danach hat die doch gegeben und der Typ, mit der der zusammen war oder so, hat ihm das nicht gefallen. Dann kamen die zum Stadtpark und haben auf alles geschossen. Und dann ist jemand anders ausgerastet. Dann ist ein Heuschreckenschwarm über die rüber. Hab sogar so ein Tequila-Schirmchen reingesteckt. So aus wie Titanic. Und Strohan. So gekringelt. Oh, ja, treu. Ho-ho, was du grad? Ho-ho. Ho-ho, ha. Ho-ho, ha. Da ist da mein Schirmchen. Ho-ho-ho. Der Igor wohnt jetzt hier. Ho-ho, ha-ha. Ho-ho, ha-ha. Ho-ho, ha-ha-ha. Ho-ha! Lady Cap'n Snooks, Adi. Das ist Smoke. Hat sich verspätet, er wohnt auf dem Weg zum... Adi, Dankeschön für den Preis, wenn er zurückkommt. Aber Gott sei Dank auf dem Hinweg, nicht auf dem Rückweg. Boah, ich hab Fahrrad. Was will der denn? Ich seh'n Fahrrad. Egal. Ist das einer von euch? Nein. Ich glaube nicht, nein. Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ja, was ist das? Was geht, Schoko? Guten Abend, ich würde... Sollen mal stehen die Cops wegen uns hier, ne? Wo sind denn die Coppers? Genau vor unserem Park. Da auf der Kreuzung. Ne, wahrscheinlich schleppen die wieder was ab. Ne, eins, zwei, drei, vier, fünf Wagen. Da sind fünf Copperwagen? Ja, die stehen hier auf der Kreuzung. Ich schaue noch mal an der Stelle. 5.O, 5.O. 5.O, Mann, 5.O. Wo seid ihr denn? Bei der Grove mit zwei O. Bei der Grove? Geht ihr gleich oben in der Süd zu Baudis? Ganz schön groovy. Okay, seid ihr da am Quatschen, oder? Ja, wir holen ein bisschen Zeug. Aber das ist gut, dass du anrufst. Dann fahren wir nicht dahin. Oben in der Süd, ne? Zeug holen. Achso, ja. Ja, ja, genau. Oben in der Süd, im Wuppertal. Ach, mein Gott, die Jungs stehen da, der da. Wo sind die? Wo sind die? Äh, ne, unsere hier. Die hab ich gar nicht gesehen, wegen der Hecke. Stand alle hinter der Hecke. Stehen wie Schaulustige mit dem Handy. Okay, ist da. Dann bis gleich, ne? Bis gleich. Da stehen fünf Copperwagen bei uns in der Kreuzung. Pff, okay. Ich ahne, was höchstendlich ist. Ich glaub, ihr versteckt mal euer Zeug an irgendeiner Seitenstraße. Maximoto, dankeschön für zwölfgifte Zaps. Ich krieg's dir dein... Ähm... Ja, ja. Dein Kinn. Dankeschön. Wieder jemand an. Und bedankt euch. Ja. Genau wie ich. Dankeschön. Ich geh mal kurz gucken, ne? Alles klar. Ja, warte kurz. Lass mir ein kurzes Auto gucken. War hier nicht noch was drin? Die Tasche hab ich um. Mitte Joins? Ja. Wie viel hast du? 27. Ja, gib mir die mal. Ja. Gut, ich dachte, ja. Kristallas, beste Pep. Das sind die Coppers. Ach, du Scheiße. Na, hör mal, was denn hier passiert. Nur ein kleiner Verkehrsunfall. Und dann sperrt ihr mit fünf Autos ab? Ja, manchmal muss man... Wenn ein Polizeiauto angefahren wird, müssen wir. Ach so, geil. Braucht ihr einen Wagenbrech? Nee, alles in Ordnung, haben wir alles. Danke dir, weiterfahren. Kein Ding. So, Häschen. Dicken. Ja. Ja. War jetzt schon mit der Bananen Schal auf die Straße geworfen? Bitte? Ich weiß nicht. Mit ohne die dicken Reifen wäre es jetzt schlimmer ausgegangen. Irgendwelche Affen. Aber das sieht schon gut aus, ne? Mit den Tüterlichtern. Ja. Kann man solche Autos mieten? Nee. Wo rät man die Lichter? So, ich geh ins Auto kacken. Ja. Gut. Ja, Steffi. Soll mal Lidl Pips Emote hochladen? Was da Vinci gemacht hat? Hallo, Bolche. Ja? Kannst du dich von jemandem zum Schützedienst fahren lassen? Ich sitze gerade im Auto, ich kann da hinfahren. Ja, aber du musst trotzdem ein Auto hiervon mitnehmen. Ähm. Ich muss ein Auto mitnehmen? Ja, ich hab zwei Autos hier. Alleine kann ich die schlecht wegfahren. Wo bist du denn? Schlüsseldienst. Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich. Einer muss mich zum Schlüsseldienst fallen. Hey, geh. Ausweg. Abgewirkt. Aus. Ja, da bringen denen die ganzen Autos auch nichts, wenn die nicht abschweren können. Hä? Was? Es geht darum, dass die Leute sich... Warum trägst du aus dem Polo-Hemd? Du, hier ist doch immer an meinem Kleiderschrank. Warum machst du meine Frisur nach? Das ist eine ganz andere. Das ist die gleiche. Ich hab Seiten auf Null. Ich auch. Da hast du keine gute Friseur. Können alle keinen Auto fahren. Wieso das denn? Weiß nicht. Aber ich freu mich, dass du wieder da bist. Ja, ja. Ich hab dich ein bisschen vermisst. Meiner Bude. Was krieg ich denn hier ab? Du hast die Kone, ne? Du weißt, welches Auto ich fahren will, ne? Ja, ja. Mach mal ein paar Schlüssel nach, hier, ihr beiden. Von welchem Auto ist das? Wo ist man? Wie viel Schlüssel? Was für ein Tourismos? Wer denn hier hat der... Ja, jetzt mir. Ähm, weiß nicht, ich mach beide mal für, weiß nicht, so, beide fünf oder beide sieben. Für den Tourismos? Ja, ja. Geht. Ich fahr in den Hause. Was machen die denn da? Können sie da hinten den Haken vom Auto abmachen, solange sie hier sind? Dankeschön. Was gilt, Habibus? Den vier und den grünen Deutsch. Die kommen jetzt hier weg. Ich hab noch gar keine neuen Schlüssel dafür. Die 1, 2, 1, 2 habe ich dir gegeben. Ja. Ach, Herr Fisch, Fisch, guten Abend. Wer ist da? Wer redet da? Ich rieche noch Fisch. Was riecht nach Fisch? Gib mir gleich eine Kopfnuss, gebe ich dir gleich. Ha, passt ja auf. Aber was ist denn, oh Gott, was ist mit euren Augen los? Ja, was sollte mit los sein? Wollen wir den Kopf herum zu? Ist das Kontaktlinsen, oder was ist das? Nö, ich hab ganz lange in die Sonne geguckt, war ein Wettbewerb. Bist du blind? Hm, hm, ich seh noch Umrisse. Okay. Siehst du den Umriss hier? Von dem Polo, ja, ha. Von was? Der ist ziemlich groß, den kann man gar nicht übersehen. Ich hab mal den im Dunkeln geschaut. Wie viele Finger zeig ich? Einen. Fünf. Macht der auch Schlüssel, ne? Nö, ich bin mal im PD danach. Ne, wir wollen uns gerade ein Eis kaufen, ja. Ah. Oder rufen wir uns auch ein paar Schlüssel, da helfen wir euch. Jetzt fährst du an den nächsten hin. Wir haben einen Abschlepper, der wartet hier seit zwei Stunden. Wir waren zuerst da. Was ist das? 4194? Ja, ist 4194. Wir machen ihm kurz das Schloss noch austauschen beim Roten und dann können sie ranfahren. Jo. Unbegehend solch. Nicht gut. Warum nicht? Wenn jemand Geld ausgeben muss. Uh. Aber sie sind doch bestimmt sehr wohl am alten Malen. Nein. Äh. Kleine Spende. Hast du noch einen Schlüssel hinüber? Kleine Spende. Eine Spende. Ich habe Revolta. Einen habe ich noch. Ja, gut. Dann. Mann, schlicht. Der hat aber auch ein Timing wie ein Tampon. Was? Das hat er gar keinen Sinn. Doch. Immer schreit rum, ne? Trinkt beides mit her. Der hat bestimmt Bluthochdruck. Das ist noch Ruhrpuls. Herr Pfische Pfisch, warum schreien sie immer so rum? Ich glaube, der hat sein Hörgerät vergessen. Nein, das ist noch nicht. Er ist noch nicht. Ja, ich wollte ja nur wissen, sonst hätte ich den alten Schlüssel schon weggeschmissen. 50 Personen. Ob das so gut ist. Wie viele Schlüsse hast du? Ich glaube, ich bin fertig. Du musst ja genehmigt werden. Wenn du sagst, ist es okay, bist du da? Lass es das? Ich habe sieben. Ich glaube auch nicht. Dann musst du einen finden, der darauf aufpasst. Ich muss Bescheid geben, weißt du? Jun, ich habe sieben. Ich fahre mal dem los, ne? Ja. Oh mein Gott. Gibst du den anderen Betauen in einen? Gut. Mit was fährst du? Hä? Mit was fährst du? Ähm, mit dem Saboturbo Custom, da vorne. Okay, Mann. Ich habe jetzt sechs. Gut, was ist das denn jetzt für ein Auto? Achso. Das mache ich gerade. Den... Den Elveny kannst du machen, die da. Ja. Welchen? Elveny? Ja. So, und dann fahren wir den Routen hier weg, dass der Absterbacher hier nicht mal rein kann. Da tut mir ja echt leid. Das ist schon langsam. Das ist schon langsam. Immer, Ongelchen. Immer. Der wird gepflegt. Auf ein Wiedersehen. Und getreten. Voll das schöne Auto, aber nur wenn man den komplett getunt hat. muss die Polizei machen. Ja, ich muss nach Hause. Ja, Bruder, musst du kurz fragen. Ja, meine Bruder, aber ich frage eine Resalte. Ja, oder so. Fahr zurück. Wir können uns lang. Okay. 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 Jan Rocks, Dankeschön für den Primer 25, Bruder. Erstmal Uftank, ne Karre. Na, Süßer? Na? Wie geht's dir? Hm. Hm. Das macht der Juchat mit der Hut und Ulla. Das freut mich, ehrlich. Das macht mich glücklich. In meiner Hose erst mal ne Kipp. Gut, S-Bälle, siehst du doch. Also läuft gut. Läuft auch stabil. Yep. Läuft gut. Noch ein bisschen Feintuning, dann geht das schon. Sollten wir jetzt das Lidl Pips E-Mode reinmachen, aber welches sollen wir dafür rausholen? Boah, einfach ich höre alles. Momentan aber sehr viel Grime. Also Drill. UK. Oder wir machen das als Better Twitch-TV, das stimmt auch. Wir haben ein neues Auto. Guts. Oha. Gib mal Schlüsse. Alles klar. Hast du Schlüsse davon? Na klar, sieben Stück. Oh, warte, ich geb den. Ich geb den. Geld weg, Spar. Das müssen wir aber in den Armen behalten, ne? Warum? Ja, weil das zum, wir haben einen Fahrzeugschein, aber das zur Hofbewahrung. Jut. Für wen denn? Wem ist das? 56. Jut. Jut. Dann wird er besser umgekehrt. Warum das so geil, Rot? Sieht voll gut aus. Rot ist Schmutz. Haltet die Klappe, das bleibt rot. Wir machen den grünen. Rot ist Schmutz. Jut, der bleibt rot. Gib mal eine Schlüsse. Der bleibt rot. Sieht voll gut aus. Ich will mal Runde drehen. Jetzt, wo ich geparkt hab, ne? Du packst den genug, dass du wieder stand. Und der Komoda holt morgen auf, ne? Der hat den Komoda zuletzt gefahren. Wer braucht noch Schlüssel? Ich. Achso, ich hab jetzt zwei Schlüssel, aber danke. Ja, dann gib einen zurück. Gib direkt einen zurück. Dann kann er einen weitergeben. Ja, gib Cold dir einen. Ich hab doch sechs, fünf Stück. Hier. Warte. Hier. Wer will den Schlüssel vom Turismo? Quack, okay? Milder? Ich bin hier wieder daneben, ne? Wer liegt, warum liegt man auf dem Bogen? Weil der angefahren wurde. Von wem? Wurde abgelenkt. Von wem weiß ich nicht. Cody, glaube ich. Wer braucht nur einen Schlüssel? Ich. Oh, cool, einen Schlüssel. Wofür ist der? Turismo. Oh, oh, oh. Ich will auch einen Schlüssel. Wo haben wir den Turismo her? Der könnte alle einen haben, aber will der parken, ne? Aha. Ja, ich nehme einen, aber ich glaube, ich fahre da eh nicht mit. Ja, weil du fährst Park den nur wieder. Mhm. Und achte auf Tank. Ja, das du willst du. Na, Gabo willst du auch? Ja. Was denn? Turismo-Schlüssel. Oh, da sag ich nie nein. Okay, ich habe nur noch einen. Mo! Ja, ich habe schon. Ich habe schon. Wo kommt der Wagen her? Egal, wir teilen uns ein. Welcher Wagen? Ich fahre eh nicht. Der Turismo. Wir haben die Scheine dafür, den Schein dafür bekommen, damit wir auf dem Wagen aufpassen. Von einem vom 36. Geile Karre. Hey, Mila. Wo ist das denn? Jack ist gerade mit dem. Sehr ehrlich. Und der Jack ist der Penne. Warum lichtst du dem Schmutz? Wurde angefangen. Ah, hier. Du bist Schmutz. Wer kommt denn da? Du faule Sau. Like, DJ-Schlüssel. B-Mix-Fahren. B-Mix-Fahren. Ah. Schade, dass du nichts Motorisiertes gerade da hast. Guten Tag, der Herr. Wie kann man Ihnen helfen? Ich wollte ein bisschen Werbung machen. Vielleicht interessiert ihr euch dafür. Für was denn? Ehm... Nein Motorsport-Event. Also hier stehen ja auch sehr viele interessante Fahrzeuge drumherum. Die sind alle geklaut. Er ist alle geklaut. Oh, das ist allerdings schlecht. Weil wenn er teilnehmen wollt, dann müsstet er eher euch entweder eins leihen oder im Besitz von einem sein. Ich hab die Fahrzeugpapiere auch geklaut. Ja, dann ist ja alles gut. Dann gehört es dir doch. Ja, so mehr oder weniger. Lass mich mal verraten. Also wir machen vom 16. bis zum 16. Der Herr, Sie können gerne zu der Gruppe gehen. Oh, so gut. Oh, ich hab dann mit dem Schmutz. Oh, es hat dann mit dem Schmutz gemacht. Ist er... Warte. Nimm ich Schokopack. Wow. Ey, das ist so lächelig. Was geht? Ich bin momentan nur Hip-Hop-Künstler wie AK Kurios und meine Zeit von meinem Bruder, so ein MC. Okay. Ich hör Deutsch nicht so. Ganz wenig. Oh, nein, 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 nein. Ähm. Hallo, liebes Unity-Team. Hiermit entschuldige ich mich recht herzlich für mein Benehmen auf eurem Server. Das war nicht mit Absicht. Ich wollte nicht so weit springen. Bitte verzeiht mir. Ich wollte nicht so weit springen. Entschuldigung. Ich wollte nur die Hälfte der Power machen. Hochachtung... Hochachtungsvoll. Euer Curtis. Peter, danke für den Wieser im Zweiten. Natürlich ist das verboten, Bruder. Ich habe zwar die Erlaubnis, über kleine Mauern und so zu springen, aber das... Das war jetzt ein bisschen heftig. Weil das verboten ist. Weil das keine PS, Mann. Moine, Bullitt. Dankeschön für den Primal-Sip, dann. Das ist das erste, was ich gemacht habe, als ich auf Unity kam. Ich habe Dexus gefragt, ob der... fragen kann, ob ich fahren darf. Nein, der wird quasi neu gekauft und dahingestellt. Also hat er vermutlich so, ich keine Ahnung, maximal 20 Kilometer auf dem Tacho oder so, weil er ja vom Händler bis dahin gefahren wird. Kein Bock im Kreis zu stehen. Lass mal Cody fahren. Sollen wir gleich bei Codys was essen? Ja. Ich wollte fragen, ich habe auch gehört, heute ist nicht so viel los. Wollen wir heute arbeiten? Bei der Tankstelle? Ja. Ja, wir können nachher mal gucken. Okay. Ja, also... Codys jetzt? Ich kann mal vorbeifahren. Okay. Oder komm da hin. Und frag die anderen, ob die rum mitkommen. Mhm. Okay, bis dann. Bis gleich. Naja, Bruder. Quatsch. Ich fahre Inlineskater und mache Bauchtanz. Ohne Better Twitch TV kannst du nicht sehen, Jay. Aber ich habe dir auf dein hässlichen, nein, wunderschönen MacBook durch BTTV installiert. Oder bis zum Tablet. Was geht ab deinem... Was geht ab deinem... Du, Lidlpips? Hallo, Motherfucker. Justus, danke schön für den Prime Sub, Bruder. Herzlich willkommen. Natürlich kann ich hier aufbefahren. Ach, ohne springen. Hä? Aber ist doch klar. Ja, wie, wie? Ich bin bei dem Ex-Profi, Bruder. Oh, Opa Willi-Bunker ist da. Boah, Alfa. Keine Ahnung, sechs, sieben Jahre oder so. Mach ich das schon. S&P, Arma 3, Alter, der ganze Quatsch, DayZ. Ach, hier ist das kein Ding, du musst kein Prime reinhauen. Ah, Mauer, mein Burger, ne, immer. Dach, Herr Fischer. Opa Willi-Bunker. Ja, gehört es? Ist das dein vorne? Das ist Steffi, ja. Ah, das ist Memo dein vorne, ne? Ah, der Memo, ja. Mhm. Findet der die gut? Ja. Memo erzählt immer von dir. Aber ich muss mir die Steffi morgen mal ausborgen, ne? Wieso? Was hast du eigentlich morgen geplant? Ja, weil ich brauche deinen Hintern, damit ich meinen Kölsch darauf abstellen kann. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Warum soll ich schaufeln, zu lachen? Pass auf, mein Burger. Gleich werfe ich eine Kastane. Nein, die tun weh. Ja, sollen die auch. Ich esse lieber Maronen, die sind besser. Dann werfe ich gleich eine Eiche. Warum gehst du nicht mit Memo mal was essen? Ja, der Memo ist voll nett. Der lag gerade im Dreck, wo ich da war. Ja, der wurde angefallen vom Moldo. Der wurde angefallen. Ich dachte, der wurde niedergebrannt. Mach eine folgende Memo. Wie, Memo wurde überfahren von dem Bisschen? Ich dachte, der wurde niedergeboxt. Nein. Hat er nicht erzählt? Dachte ich. Ich habe eine Idee. Ist der Memo im Park? Ja, der liegt am Dreck. Also, ja, pass auf, wenn der gleich aufgestanden ist. Dann gehen wir mal zu dem. Und dann sagst du zu dem Memo, Senne gehört Schockgesell. Das kann ich mir doch eh nicht merken. Doch, wir bringen dir das bei. Und dann sag mal Senne. Wir machen so. Ich bin mal cold assassin. Kommt der auch? Ich habe den Drafter gefunden, ne? Was für ein Drafter. Ich habe nur einen Drafter. Ja, wo hast du den gefunden? Hm, Megamall. Ich weiß nicht mal, was das ist. Bist du in der Megamall? Ähm, ich laufe jetzt gerade dahin. Ich bin ne Older. Sehst du den Lila, ne? Hm, hm. Wie, nein? Nein, ihr seht noch nichts. Warum nicht? Weil du mein Auge nicht bis dahin reichst. Bin weitsichtig. Na, du hast doch gesagt, du bist da. Ja, ich bin mal der Megamall jetzt. Hier ist die Lila in der Karre. Hier ist kein Lila. Doch, hier. Ja. Aber das ist doch kein Drafter. Das ist ein Drafter. Von Casey, die du mir schillt? Ja. Ist der schön? Ja. Ja, aber die Farbe ist nicht schön. Na, können wir ja ändern. Dreck mal in Oldos einbrechen. So, nur noch jetzt den abschleppen lassen, ja. Warum abschleppen, fahrt er denn nur weg? Ja, ohne Schlüssel ist schlecht. Mein Freund. Alles ist abgeschlossen. Dann ruft Ratzmann an. Oh. Nein, ich kann die Modes instant hochladen, bei mir muss das nicht überprüft werden, weil ich bin ein guter Partner, oh mieser Flex, was besonderes, er ist ein guter Partner, ist halt so, Bobo, dankeschön für den Wii 7-6 dann, 5.438, ok, können sie, Ah, hallo, wir sind doch da, wo bist du? Ich bin kurz mit Juni bei dem Megamall, achso, ok, bis gleich, bis gleich, dauert lange oder nicht so? Achso, ja, ich wollte nur wissen, ob einer frei ist gerade oder nicht, gut, Kommt der abschleppen, ja, aber du bezahlst mit Karte, ja, was machst du? Jaha, ist Juni bei dir? Jaha, der wollte mich anrufen, ja, ich sag eben, oh, der hat mich anrufen, ok, Juni, guck dich an, Seitdem ich den Postbild klinge, mein Handy mal, ja, kenn ich, guten Tag, ja, was machen sie gerade? Ja, achso, und hat alles geklappt? Ja. Ich glaube, wir können die Anzeige oben ausmachen. An? Ah, ok, ja. Ja. Achso, teilen. Dann können wir keinen von unseren Dealern da reinsetzen. Ich glaube, ich glaube, wir können die Anzeige oben ausmachen. 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 Ich hab mir jetzt nen Pickner geholt Ja, also da wird kein Problem sein Ja, aber das ist kein Thema Ich hab gehört, es hat Kohle Ja, ich bin reich Äh, von Casey Hab ich dem aber gegeben 100.000 Ich trülle nur ein bisschen Wagen Los, Big Mac, bann die weg Sieht einfach so gut aus Sieht einfach so gut aus Klar, bis schnell hat er durch Aber ich weiß noch nicht ganz genau wie das funktioniert Ja Wo bist du mit meinem BMX hin? Da steht hinter Cody sein Ding Ich bin bei Megamold Ey, das ist nicht abgeschlossen Das klaut keiner Das ist kein Geld da drauf Jaja, das klaut... Jaja, das ist wie... Hast du ihn abgeschraubt? Was geht der Bruder? Jaja Warum? Max ist stark geworden Der trifft aber vorne Okay, ja gut Bei Cody's Ja Bringst du das wieder mit oder soll ich da hin? Ich bring das mal wieder Okay Mach das, bis gleich Bis gleich Kannst du den Kerl hier mit der Käppi in der Richtung ausstellen dafür? Ich würde dann bei dir mitfahren Ich zahl das, ne? Äh, ja Wir müssen sowieso erstmal da hin Ja, kannst du das nicht jetzt schon machen? Mhhh... Kann ich ja nicht jetzt schon Weil ich zahl das nicht Weil er jetzt zahl das Ich fahr aber mit Dann bräuchte ich einmal einen Ausweis Johnny, hast du die Papiere von dem Wagen? Ja, ich hab die Papiere von dem Wagen Dann brauche ich deinen Ausweis Mach das Kommi Kommi Tschulo Oh, oh oh Warte Warte ich Papiere auch? Bei den Fights oder vielleichts? Das langt das ist ein waffenfahrzeug ist das wären 3807 nur für abschleppeln? ja noch einen moment 1807 ja je weniger fps man hat umso besser hast du geklippt besser verliere ich einen fight was soll ich jetzt mit dem schlüssel ok dann gib mir den zurück du gehst doch schluss ausbauen oder nicht? wem soll ich jetzt geben? mir achso bitteschön einmal ja genau bitteschön alles klar vielen dank kommst du gleich zu coldis? ja bis gleich ok kann ich mal nicht bespannen ja klar wie mit wem x was? was? sieht ja so gut aus was zum brett oder was willst du oder was? schnell weg wir können direkt ne bomb ich muss das üben hallo was geht ab? haben wir uns vorne beim park getroffen die haare genau habe ich euch ja richtig in erinnerung gehabt das t-shirt habe ich erkannt ja das ist auch einzigartig das habe ich selber genäht aus einer gardine oh perfekt bin ein schneiderlehrling jo also ich könnte das nicht ich kann das ich kann ein hohenhemd machen nee danke von louis karton momentan brauche ich gerade keine neue garderobe ok kannst du nach hause? natürlich kannst du nach hause danke so ein scheiß braut kommt halt zu den leuten draußen und das sind dann unsere kennst du dich doch das klingt ja weil du hier eh schon steht wie im verlippes Pärchen ja aber ich will dich küssen wann nimmst du mich mal im arm ich? ich brauche Liebe die nimmt dich die ganze Zeit auf den Arm aber nie in den Arm oh danke warum wo bin ich weggegangen als ich dich umarbeite was warum? ich habe angetäuscht und jetzt kommt die returkos boah toll und schon wieder abgebrochen assalamu alaikum 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 salam merhaba der Cody hat mich angefahren welcher Cody? der Cody hat mich hier am Park angefahren unser Cody oder der Burger King Cody? ja ja was soll ich machen? ja nix den schlagen ja komm zu Cody still ne hier ist deine Freundin Steffi diesmal der Opa will den Bunker her das ist aber die Korallen die hat gesagt die will dich ich habe ein bisschen Beinschmerzen bin am rumpeln ja dann nimm dir Rötstuhl ich weiß nicht ob ich Auto fahren kann nimm den Kinderwagen nimm vom Gefühl den Kinderwagen nein ich geh mich hinlegen bitte dass bis morgen alles wieder gut ist ok schlaf gut gute Nacht ciao tschüss hast du mir nur was mitgebracht? noch was? das ist doch deine übliche Bestellung dankeschön bitteschön aber wenn du willst HALGEDERL never want to lose you willst du mein chicken nugget shake haben? mhm ok pah chicken nugget take mhm yum yum müßi müßi yum 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 Atomkraft nein nein Sagenbach knüßt warum nicht richtig vor Sagenbach geht heute nicht viel ne heute ist chili chili ich geh mal rein was geht ab Cody? was geht ab Cody? ja das Scriptbook ist wieder leer ähm äh Mütchen juhu du musst den Memo anrufen morgen ok ja wir kommen nachher vorbei ok ja wir kommen nachher vorbei ok nein wir schlafen der Dauer der Dauer schlafen mhm ok dann rufe ich einen morgen an ok ey was geht was geht warst du nicht vorhin äh bei uns growth äh was kaufen ja da hat noch was gefehlt hat was gefehlt hat was gefehlt bruder ich habe gesagt dann achso es waren nur 170 irgendwie ihr habt zu wenig gegeben äh wir meinten wir bringen noch Autofolver voll die Abzocker ich rufe die Bullen ne Bruder es ist alles vakuumiert es stinkt nicht also keine Ahnung mach was damit damit jetzt hier sind wir dran auch rein prüß und du auf Memo ein ne ja sag Wallah in deinem Wort ey spruch dir mein Auto holt nein ich hab gegen meinen Finger gespuckt ich spuck doch nicht in dein Auto rein halt ich hab auf dem Finger gespuckt in deinem Wort wo ist denn dein Lille kannst du gleich mein Auto schrubben ist das ein Surano ja ist aber meins und das kriegst du nicht ja was soll ich damit wenn ich will kaufe ich mir 30 Stück davon ach das du nicht wehrst ich bin reich ah ich hab Cousins und so wir treten wie ein Müllton in Hagen West da kaufe doch mal deine Freundin ein ach also ich hab den Sterling gekauft gehört er ihr oder gehört er euch der gehört ihr oh ok hast du den wirklich alleine gekauft na klar oder deine Cousins die haben meine Cousins und so hm du musst Memo anrufen morgen ja mach ich der mag schon Bilder von dir i hä warum i das ist schon ein bisschen eklig warum das denn nur willst du so einen Arschlochtyp haben der dich eher Mädchen nennt und vor deinem Auto tanzt machst du das ja na klar ja du bist ein Arschloch ja na klar so siehst du auch aus wow das wird immer ein bisschen zu flirty ähm ich kann sowas nicht ja vielleicht bringt dir das ja jemand bei wer soll wenn du sagst Memo kann das dann eher Memo soll mal dir flirten ja vielleicht mag er dich auch das ist mein Cousin oh ok aus Übersehen ok ok ich nehm das zurück ich weiß ja nicht was mit deiner Familie so abgeht aber bei uns passiert das nicht ich muss los ja besser als ab in den Norden ne wie bitte? ab in den Norden zurück in die Heutzelte du bist zu leise du musst dein Auto jetzt aufschließen ist es offen es passt schon hau rein Bruder ja hau rein Schwester ähm geh weg du wolltest fahren ich kann nicht fahren warum ja du bist nur faul das ist klar richtig entschuldigung schon wieder bin ich sexistisch ne ja wie kann man sich sowas abgewöhnen ähm ich glaube das geht nur wenn du einen Tag ne Frau wärst dann wüsstest du mal wieder boh ich einen Tag ne Frau ne ich würde mit jedem mit jedem würde ich rum machen mir scheißegal welchen Tag ein Mann ich würde die ganze Zeit einen Helikopter machen das geht aber nicht weil du einen kleinen Pips hast da kannst du nur den Tic Tac streicheln es kommt nicht auf die Größe an ok richtig sondern wie man den Ofen vorhalt ja aber mit dem Tic Tac hat man auch keine Technik na klar das kann kitzeln das ist auch süß kitzelt sich aus was na ja und hä ich stell dazu ich muss jetzt gehen ja ich muss auch los mach ich machs gut machs besser immer gut dicke hat die grad Dicke zu mir gesagt oder Zicke hat die grad Dicke zu mir gesagt oder Zicke ja 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 die Grove hat zu wenig Joints gegeben ne ja 30 fehlten noch ja die haben die mir die grad in die Tasche gesteckt sehr gut wo soll ich den hin bringen öööööööööhh der Guardian steht in der Polizei gegen �ラ blöööööööööööö Adam ja die happen sich nicht Ouööööhhhh ne ok was steht der? was? ja wo steht der? Achso, ja, bei der Polizei-Verwahrstellung ist es doch Kackenhaus. Ähm, Parkhaus. Achso, okay, ich tu das da rein. Ja, da ist das drin. Und da kannst du dir reinbringen. Welche Etage? Weiß ich nicht. Jivke hat ihn da hingebracht. Kannst du ja Jivke... Jivke ist bei Kodys. Ja, ich bin schon an dem vorbeigefallen. Na gut. Dann musst du suchen. Okay. Ja. 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 Tja, 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 tja. Ja, wo bist du? Ist der Jack bei dir? Nee, wo bist du? Ja, ich hab noch Joints und der Guardian ist voll. Ja, und wo bist du? Ja, im Parkhaus, in der VW-Stelle. Gut, alles klar, ich bin gleich da. Bis gleich. Bis gleich. Wann hab ich das letzte Mal geraucht? Ich war nur einer. Ich bin halt gestresst. Ja, ich hab jetzt nur Joints bei, ne? Ja. Was soll ich dir hin tun? Keine Ahnung, fuck Jack. Oh, die Karre ist schnell, Alter. Hallo. Hallo. Der Guardian ist voll. Wie? Der Guardian ist voll, ich hab noch viel von ein Stück. Was ist da noch drin? Ja, Taschen und so, keine Ahnung. Dann schmeiß die Taschen raus. Bist du nicht mit dem Auto da? Ich kann keine Tasche rausnehmen, wenn ich einen aufhabe. Dann tu das von der Tasche in deine Tasche. Hast du kein Auto da? Geht nicht, meine Hosentasche ist voll. Hast du kein Auto da? Nein. Warte ich nur Joints Auto. Ja. Ja, das ist auch voll. Ist da Kleider drauf? Nein. Ist Johnny denn da? Was soll ich jetzt machen, weil du so ein, was weiß ich. Cool. Soll ich dir jetzt hier reintun, Johnny? Ja, wenn du willst. Du, alles in Guardian. Warum machst du das nicht? Das sind deine dreckigen Schäffelder. Wer meint? Man, ich telefoniere mit Jack. Ja, wie? Warum hat er die Dienkern vorbeigebracht? Ja, das passt alles nicht. Was ist das? Los. Wie kann man sich so aufregen? Darf ich das nicht? Wie kann man so viel Wut kriegen? Halt um Schnauze. Wie kann man so viel Wut kriegen? Halt um Schnauze. Das passt alles nicht. Junge, Johnny soll dahin gehen zu dem Auto und die Taschen wegschmeißen. Das macht er aber nicht. Warum nicht? Weil das ein fettes Schwein ist. Du bist so unbeholfen. Ja, hier liegt noch Koks drinne. Im Sterling. Ja, das ist gut. Du schmeißt es auch in den Guardian. Nur, ich habe das jetzt im Sterling getan. Okay. Hab ich... Ich habe gar nicht zu sein. Was ist halt im Pfeif das, wenn du lachst? Geh mal zum Urologe. Baaau. Was bist du denn für ein Ekliger? Das ist echt eine Ruhe. Ja, toll. Jetzt habe ich drei Knarren bei dir. Was? Brauchst du mich jetzt noch? Abo, brauchst du eine Knarre? Was? Brauchst du eine Knarre? Der hat schon. Ja, der hat bestimmt auch schon fünf Stück bei. Nee, ich habe eine. Ich habe schon eine gegeben. Was denn? Brauchst du eine Knarre, Crazy? Ich habe eine schon. Ja, ich habe drei Stück jetzt bei. Oh, dann gib eine. Ich habe aber zwei Hände. Sonst packst du sie irgendwo hin. Ja, du hast aber keinen Druck. Boah, ich raste aus, ne? Ich will so ein BMX haben, Mann. Wie teuer. 350 Dollar am Strand. Am Pier. Echt? Hol ich es mir. Morgen oder so. Ja, das ist eine gute Investition. Auf jeden Fall. Gilt die pennen? Ähm... Nee. Warum seid ihr vom Kulde-Sack? Heute geht nicht viel. Ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall schlafen. War klar. Was war klar? Guck mir in die Augen, Mann. Ich bin müde. Ich war zu Kulde-Sack. Ist aber nichts, ne? Die sind ja gerade alle weggelaufen. Die kommen jetzt gleich alle hier hin. Achso. Wir waren nur ein bisschen schneller unterwegs. Linke schwul. Das hast du überholt. Da kriegst du die Krise, Alter. Ehrlich. Liebes Park, küsst euch mal. Lasha. Was? Nein, küssst du mich. Ja, ich musste mich um die Drogen kümmern. Wie viele Drogen hast du jetzt? Ich habe alles zum Sterling geworfen. Scheißegal. Also aufpassen, Milder. Warte mal, Köln. Was hast du denn geholt? Ich habe nichts geholt. Wie, du hast nichts geholt? Das ist vom Jacknet-Job, aber der hat ihn nicht erledigt, weil er ein Fragel ist. Toll. Die hat noch gefehlt. Wir haben noch vorhin was geholt. Ja, ich habe keine Lust zu erklären. Das ist crazy, sein Bruder. Rhyme, danke für den Prime zweiten. Und Real Magic, danke für den Prime vierten. Boah, ich kriege zu viel hier, Alter. Nee, ich gewinne keinen Boxskampf zu viel. Du kannst sogar nicht fahren. Denkst du? Ja, komm, zeig. Was? Komm. Zeig, was du kannst. Ich muss ein bisschen üben morgen. Ich muss morgen Mittag üben ein bisschen, weißt du? Ich sage dir erst morgen Abend, okay? Dann werden wir sehen, wer besser fahren kann. Ich habe einen Traktor. Traktor Abo. Gehst du von meinem Pfarrer, du, ne? Du Schwäin. Du Schwäin. Du Dreck Schwäin, du. Komma. Boah, ich weiß nicht, wo ich hin soll. 4KW voll. Was hat der für eine Karre? Das ist ein Tampolin. Ah, ah, okay. Mela, deine Autos, du bringst Weltm-V-Wahrschule, ne? MC OG Mela. Ja. Fähr so den nicht mehr. Ich fahr doch immer die Sterling. Das ist ein Der. Hä? Das Auto ist ein Der. Dann der Sterling. Geht, ey. Sein Spitzname ist Winnetou. Winnetou? Winnetou. Winnetou. Der ist Peter Parker. Peter Parker. Das ist langweilig. Mir auch. Mir auch. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe so Kopfweh, ne? Ich habe die ganze Zeit einen Kampf in meinem Arm. Soll ich den raus, Marcelen? Ja. Mit Spucke? Ja. Mit Notze. Sag mal. Bei Charm? Ja. Geil. Oh, hallo. Grüß nochmal. Das ist japanische Massage. Schon besser? Ja, danke. Guten Abend. Brust du nicht heute Abend? Wofür? Ich habe auch Verkampfungen. Wo war ich? Oh, ein Penny. Im Nackeln. Wie einer von uns guckt dahin. Ne, ne, ne. Guck die ganze nach Boden, siehst du doch. Massage gegen Massage. Okay, deal. Aber ich habe eine Füße, ne? Was? Ich habe, ich brauche Fußmassage. Ich dachte im Nacken. Ja, ist doch im Nacken fast. Ist der Fuß Nacken. Oh, guten Tag. Hey, hat man ja von euch Joints oder so, Mann? Was willst du mit Joints? Hast du Geld? Ja, hast du Geld. Ja, 450 Dollar ein Joint, ne? Was? 500 Dollar ist Familie. Okay. 500 Dollar. 600, 600 Dollar. Wie viel ist das für Familie? Komm mal mit, komm mal mit. Ja, heute ist echt der Wurm drin. Heute bin ich nicht so gut drauf, Jungs. Man, das ist halt so. Amo. Gürtis, nimm mal die Cap ab? Okay. Was denn? Ne, ich wollte nur sehen. Sieht gut aus, ne? Ja, sieht echt gut aus. Ja, ich bin Curtis the Worldman. Beste Golfspieler in der NFL. Ja. Ich hab das gemacht. Ich seh ein bisschen aus wie ein Herrn Anders, ne? Ja. Ich hab auch so ein Goldzahn wieder. Mein Patronus-Zauber ist ein Mülleimer. Dann braucht Mila ja nur noch weiße Haare. Warum? Achso. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich versteh nicht. Ach, das ist doch so in der Sendung. Okay. Hier kommen die Vollidioten, heißt das. Jetzt können wir knutschen, keiner guckt. Ja. Sollen wir? Mit der Brille können wir uns heute Abendhausaufkommen aufgeben. Ich kann da nicht mit der Ruf filmen. Du musst mir beibringen, wie ich normal werde. Ich bin nicht Exister. So was wie, hey, du hast schöne Augenbrauen. Hey, du hast voll das coole Kinn. Kann ich da mal gegenhauen? Okay, weil du nur ne Frage. Ich war so kurz davor. Was denn? Ich danke, Haare. Achso, achso nicht, ehrlich. Ich bin stark. Kodi, was ist mit deinen Augen? Hab mir in die Augen gefasst. Wollt die waschen. Inke. Im Kofferraum? Haben sie voll mit meinem Wagen einen Schlüssel für mich? Ne, mit Seife. Welche? Der hinten, der rote. Turismo. Gut. Das ist nicht gut. Geht mal lieber zum Augenarzt. Wer? Der Kodi. Oh. Was hast du gemacht? Augen gewaschen. Der hat sich im Handschuh fach die Augen gewaschen. Du Scheiße. Kodi. Ich glaube, der käfert. Auch. Kodi, geben Sie mal den Schlüssel von Turismo. Ich mach mal einen nach. Ich kann Ihnen noch zwei geben. Achso, ja, dann geben Sie mir einen. Johnny sieht immer so aus, dass wäre der gerade aufgestanden. Johnny, hast du die Schlüssel rausgeholt aus dem Turismo? Hat er nicht gesagt, da sind Schlüssel drinne? Bitte seh. Nee. Wo waren denn nur noch Schlüssel drin? Lass die Brille auf jeden Fall aus, sonst kommt da noch Laser raus. Ich wollte unser Hemo. Jetzt sagt nicht, ich will den Näh. Okay. Ja, tanz den du an, ist okay. Tanz den gar nicht an. So wird hier abgedanzt. Ich kann viel besser tanzen. Ja, du bewegst nur deinen Arsch. Oh, oh. Du? Gar nicht. Na klar. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Sieht voll lustig aus, wie du watschelst. Ich watschel nicht. Da hast du viel Nintendo Wii gezockt. Tut nicht weh, die ganze Zeit den Ellbogen in die Fresse zu bekommen. Nee, nee. Alles entspannt. Batsch, Batsch. Dong. Aber wisst ihr was? Ich geschlafen. Ich habe so Kopfschmerzen. Heute ist kein guter Tag. Ich bin ein YouTuber-Songer. Ich will da sein nachher leise, wenn du in die Hose kommst. Nee, ich komme mit. Ich werde auch. Heute ist gar nichts. Ist morgen Freitag? Ja. Gib mir eine Wanderbar, oder? Dann sieht er. Ja. Menschen, die gut riechen, gehen den Tag duschen, ne? Nicht so wie du. Er duscht, aber nicht Bad. Du solltest mal lieber zum Heinz-Arzt gehen. Bei der Bar. Jungs, ich mache Schluss. Ich kann nicht auf den Monitor gucken. Tut weh. Ich kann nicht auf den Monitor gucken. Das ist gut. Was ist gut? Dafür morgen wieder dann ganz normal Easy Aber geht nicht Naja, ich brauchte keine gute Besserung wünschen Das ist halt wegen dem Tag heute Hat ein bisschen meinen Kopf gefickt Lieber Netflix Badgehen Wie Schluss, lass uns doch reden Das war so schön mit uns, ja Oma Aber irgendwann ist die Liebe weg Ist der Joni live? Warum seh ich das nie? Joni Tullow Na, ist nicht live Opa Ähm Ähm Keine RP-Polizei Ich hoffe, hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht Ein bisschen lachen konnte da Ja, ich ja auch Hat doch ein bisschen gechillt Morgen wieder ganz normal 19 Uhr Und dann straight durch Story geht weiter Morgen ist übrigens Ding Snap-Party Beim Kiez Ach, wollten wir uns ja eigentlich angucken Ne, fuck Habe ich vergessen, ich bin voll durch den Wind Egal Wunderschöne Wunderschöne gute Nacht Ich guck mir das Bild gleich an, Wolverine Und dann geh ich direkt straight ins Bett Ich wünsch euch eine wunderschöne gute Nacht Macht keine Faxen, wenn ihr irgendwann nirgends gucken geht Macht keine RP-Polizei-Move-Ding Und Kussi Tschüss Moi composite habe ihr Pperweil Rrrr 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 So, so 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 so